Diese Methode setzt voraus, dass Sie genau wissen, welchen Cue Sie editieren möchten und wo Sie ihn finden. Sie haben aktive Werte unter der Kontrolle des Programmers. Drücken Sie den Hardkey Store. Betätigen Sie dann den Hardkey Sequence und die Nummer der Sequenz, in der der Cue enthalten ist, den Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie anschließend den Hardkey Cue, die Cue-Nummer auf der numerischen Tastatur und dann Enter. Weil dieser Cue bereits existiert, erscheint ein Pop-up-Fenster und bietet verschiedene Optionen an. Override ersetzt den bestehenden Cue mit den aktiven Werten des Programmers. Merge fügt die aktiven Werte aus dem Programmer zum bestehenden Cue hinzu. In den meisten Fällen ist Merge die geeignetste und sicherste Wahl beim Editieren. Remove ist das Gegenteil von Merge. Die aktiven Werte des Programmers werden aus dem bestehenden Cue entfernt. Cancel ermöglicht den Abbruch des Speichervorgangs, was besonders hilfreich ist, wenn Sie nicht erwartet haben, dass dieser Cue bereits existiert. Wenn Sie eine der Optionen gewählt haben, werden die Parameter zwar deaktiviert, bleiben aber trotzdem unter Kontrolle des Programmers. Sie müssen Clear drücken, um diese Parameter für die Playbacks freizugeben. Blind stoppt die Ausgabe der Parameter aus dem Programmer. Bisher haben wir Sequence und Cue in der Befehlszeile verwendet. Wir können allerdings die Anzahl der eingegebenen Kommandos drastisch reduzieren, wenn wir den Exekutor vorher selektieren. Um einen Exekutor zu selektieren, drücken Sie den Hardkey Select und anschließen den gewünschten Exekutor. Der Hintergrund des Feldes, in dem der Name der Sequenz angezeigt wird, wechselt die Farbe auf grün und zeigt dadurch die Selektion des Exekutors an. Wenn Sie ein anderes Pult als eine GrandMA Full Size bedienen, kann es sein, dass Sie den Hardkey Faders drücken müssen. Bei selektiertem Exekutor heißt die verkürzte Befehlsfolge für das Speichern Store CueNummer Enter. Boxthondorf Und dann die Verkürtkampan, die Verkürtkampan das trektieren. EGF ho스트�ets an. Aufberein von W smarter bjudblend strainern, die sich kielender und mechanizieren, dass Sie so machen. BerideEM divided anbietes quando erwarten kochen. Wir brauchen wieder die indemn upski.